Hallo zusammen, ich sitze hier mit Eva Menasse, eine österreichische Bestseller-Autorin, die vor kurzem dieses Buch geschrieben hat, Alles und Nichts sagen vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Und wir wollen heute Tipps abgeben, was man denn sonst noch lesen, hören, konsumieren könnte, um sich zurechtzufinden in dieser Digitalmoderne. Eva, was hast du denn für einen Tipp mitgebracht? Ich habe mehrere Tipps mitgebracht. Grundsätzlich hilft es immer, sich überhaupt über Themen zu informieren, so gut wie möglich. Und dafür empfehle ich immer sehr gern die Ezra Klein Show, ein Podcast eines US-amerikanischen Podcasters und Journalisten und Kolumnisten Ezra Klein. Da erfährt man sowieso zweimal die Woche ganz neue Aspekte aus allen möglichen Bereichen des Wissens. Die finde ich auch ganz toll und man kriegt gratis noch ein bisschen Englischunterricht. Ja, ganz genau. Das schätze ich auch sehr. Das hilft auch, ja. Mein erster Tipp passt, glaube ich, dazu gar nicht schlecht. Ich tippe nämlich eine Person, Nikolas Thompson. Er ist CEO des Magazins The Atlantic, war vorher beim New Yorker und bei Wire. Und ich finde ihn einen unglaublich klugen Tech-Journalisten, Tech-Beobachter. Er ist auf LinkedIn und da kann man ihm folgen. Und da gibt es dann alle paar Tage so einen kurzen Talk seinerseits, wo er so in sieben bis acht Minuten irgendein neues Digitalgesetz, eine Neuigkeit, vielleicht auch eine neue Gefahr, die da irgendwie aufploppt, beschreibt. Manchmal verstehe ich nicht alles, aber ich finde es immer amüsant und wirklich auch sehr klug. Und wer nicht in den sozialen Medien ist, wie du, der kann auch auf seiner Website einen Newsletter abonnieren. Also mein Tipp wäre Nikolas Thompson, um sich da ein bisschen besser zurechtzufinden. Und da schließe ich jetzt gleich total gern mit etwas Altem an, mit einem Buch, das geschrieben wurde zu einer Zeit, als es noch keine sozialen Medien gab, nämlich 1997, die US-amerikanische Historikerin Elaine Showalter hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Historien, also nicht Historien, sondern Historien. Wie Hysterie. Untertitel wie Hysterie, genau, ein Mittelding zwischen Historie und Hysterie. Und der Untertitel lautet Hysterische Epidemien im Medienzeitalter. Und auf dem Cover sieht man lauter Menschen, die damals noch mit diesen Pappbrillen, wenn man in einen 3D-Film gegangen ist, wie die alle schreien in einem Kino, weil sie irgendwas sehen, was sie wahnsinnig verstört. Und das Buch handelt von der Infektiosität von hysterischen Epidemien. Also wenn Leute, es gab eine Zeit in Amerika, in den, glaube ich, 80er, 90er Jahren, da glaubten erstaunlich viele Menschen daran, dass sie von Außerirdischen entführt wurden und wieder auf die Erde zurückgebracht. Und Showalter versucht es nachzuvollziehen, wo solche modernen Mythen entstehen und wie sie sich dann damals noch über das gute alte Radio, in dem man diese Betroffenen interviewt hat, so über die Bundesstaaten fortgepflanzt haben. Und wenn man das liest, ist das wie eine Urform dessen, was wir heute im Internet erleben, wenn eben Mythen so plötzlich um die Welt rennen, wir reden uns, ja, oder am Pizzagate oder eben die QAnon-Sekte. Und Teile von QAnon sind damals schon von Showalter beschrieben. Also es ist erstens ein unterhaltsames Buch und zweitens ein enorm lehrreiches, weil es uns die Möglichkeit gibt, vor einer Entwicklung nachzuschauen, die wir inzwischen in Gänze erleben und dort schon die ersten Resultate sehen von etwas, was noch gar nicht eingesetzt hatte. Ja, das passt total gut zu meinem zweiten Tipp, den ich mitgebracht habe, weil das ist nämlich auch schon älter oder schon länger erschienen. 1991 geschrieben von Linda Martin-Alkow, einer Philosophin, die in Panama geboren ist und heute in New York lehrt, als Philosophie-Professorin. Und die hat diesen Essay geschrieben mit dem Titel Das Problem für andere zu sprechen. Und dieser Essay ist jetzt neu erschienen in dieser schönen Reklamreihe Was bedeutet das alles? Diese gestreiften Bändchen. Mit einem tollen Nachwort auch. Und es ist so luzide, dass sie eigentlich all das vorweg nimmt, was wir jetzt hatten im Zuge beispielsweise der Frage, wer das Gedicht oder den wunderschönen Text übersetzen darf, Climbing the Hills. von Amanda Gorman bei der Inauguration von Joe Biden, wo es ja diese riesige Diskussion gab, wer darf für wen sprechen. Und ich finde sehr klug an diesem Essay, dass sie so deutlich macht, dass man selbstverständlich sich überlegen muss, welche Sprecherposition hat man und auch, dass man andere, gerade auch Minderheiten, zu Wort kommen lässt, aber trotzdem eben nicht den Anspruch aufgibt, für andere sprechen zu können, weil wir uns einfühlen können. Und ich glaube, das ist recht nahe bei einer These, die du auch vertrittst. Ja, genau. Und wenn wir Bücher zu diesem Thema heute zum Streit im Digitalzeitalter haben, dann gehe ich auch immer gerne so einen Schritt zurück und sage, worum geht es da eigentlich? Und deswegen möchte ich auch noch ein Buch empfehlen vom österreichischen Philosophen Robert Pfaller mit dem Titel Die blitzenden Waffen über die Macht der Form, wo er darüber schreibt, wie Form und Inhalt sich zueinander verhalten. Oder dass die Form eine große Bedeutung hat dafür, wie der Inhalt rüberkommt. Und ich glaube, eine gewisse Formlosigkeit oder auch Taktlosigkeit kennzeichnet ja die Debatte in den sozialen Medien und dadurch kommen die auch so aggressiv rüber, weil eben alte Anstands- und Taktformen von früher da außer Kraft gesetzt sind. Und das hat dann eben Implikationen. Pfallers Buch geht natürlich noch in viele andere Richtungen, auch über die Frage, wofür Höflichkeit eigentlich ist, soziales Schmiermittel und so weiter. Aber auch das, wenn man dann so ein bisschen aufzoomt, was geht da ab und was für Verhaltensweisen hat es da früher gegeben oder wieso hat man sich zu bestimmten Übereinkommen verpflichtet gefühlt als Menschen, ist, glaube ich, auch ganz hilfreich, diese Phänomene heute zu verstehen. Dieses Buch mag ich auch sehr. Mir fällt dazu immer das Zitat ein von Max Frisch, der mal gesagt hat, man soll einander die Wahrheit nicht wie ein nasses Tuch um den Kopf schlagen, sondern wie einen offenen Mantel hinhalten. Ich finde, das passt so schön, oder? Dass man reinschlüpfen kann in die Wahrheit. Weißt du, was ich an dem Buch auch toll finde? Und da würde mich auch deine Meinung interessieren. Ich glaube, es ist auch das Buch, wo er sagt, dass es den Formenzauber der Rituale braucht. Und dass Höflichkeit auch so etwas Wunderbares ist, weil es uns ja entlastet. Genau. Weil wir diesen Formenzauber beherrschen. Wir müssen uns gar nicht überlegen, normalerweise im Gespräch, wie agiere ich jetzt, sondern wir können uns hinter den Formenzauber zurückziehen. Und im Internet, da man den anderen ja nicht sieht auf den sozialen Medien, ist man ja in einem ständigen Kommunikationsüberforderung eigentlich drin. Und deswegen ist man, glaube ich, auch so, oder das ist meine These zu diesem Thema, man ist so geneigt, immer das Innerste auszustellen. Also das ist eine Vorstellung von Authentizität, dass man sagt, ich bin an dieser und jener Stelle verletzt. Also meine These in meinem Buch ist ja unter anderem auch, dass die Identitätspolitik ohne die sozialen Medien gar nicht so einen Erfolgslauf gehabt hätte. Weil das die Währung ist. Das angeblich Essentielle des eigenen Ichs, da möglichst auszustellen und breit zu treten. Und Faller sagt eben genau das Gegenteil. Weil wenn wir nach außen gehen, im analogen Leben, dann haben wir diese Maske der Höflichkeit und der Form, die wir wahren. Und die hindert uns daran, unser Privates auszustellen, aber belästigt auch den anderen nicht mit unseren privaten Sorgen, Problemen oder gerade Tageslaune. Und ich liebe das so sehr, weil es ja auch Leute gibt, die sagen, Höflichkeit und Rituale, das sind alles Zwangsneurosen, kollektive Zwangsneurosen. Und ich denke immer, nein, das sind Entlastungsmanöver. Ganz genau, das hilft uns, glaube ich, sehr auch im Abstand halten. Die Diskretion des Abstands wird durch solche Formen gewahrt. Mein dritter Tipp ist eigentlich auch ein Buch. Ich sage zuletzt noch, warum es vielleicht doch kein Buch ist. Und das ist von Justin Tosi und Brandon Wormky, zwei Philosophen, die zusammen ein Buch geschrieben haben. Schon alleine das ist bemerkenswert, das tun Philosophen selten. Und das Buch heisst Moral Grandstanding. Und ich finde das ein absolut phänomenales Buch. Da geht es auch um das Sprechen in den sozialen Medien in erster Linie. Nämlich darum, dass wir sehr oft sprechen, um uns selber in einem besseren Licht darzustellen. Und sie unterscheiden zwei Möglichkeiten. Einerseits gibt es Prestigegründe, moralische Sprache zu verwenden. Dass ich zum Beispiel mich selbst fotografiere vor dem Schild. Das zeigt, dass ich den Nachtzug nehme. Und ich poste das dann, um zu zeigen, guckt mal, ich bin total klimafreundlich. Ich nehme den Nachtzug. Und das ist so eine Selbstreklame, Virtue Signaling. Und da sagen sie, das ist zwar nicht ganz so schlimm, aber trotzdem ein Ausverkauf der Moral, weil wir die Moral dann nur noch brauchen, um besser dazustehen. Da bin ich so ein bisschen unsicher, weil es kann ja auch dazu dienen, zu sagen, naja, vielleicht kann ich andere Leute überzeugen, das auch zu tun. Aber je nachdem kann das auch problematisch werden, wenn dann eben nur noch darauf geguckt wird, wie wirke ich und nicht mehr, was tue ich. Und das Zweite, da wird es dann richtig unappetitlich. Da geht es um Dominanz. Das heißt, da geht es eigentlich darum, dass man andere anschwärzt im Netz oder sich lustig macht oder auch nur etwas liked oder forwardet, was andere in den Dreck zieht, um selber besser dazustehen. Und das passt extrem gut zu dem, was du auch in deinem Buch schreibst, nämlich, dass wir diesen Bekenntniszwang haben und eigentlich oftmals auch so sehr stark auf eine Seite stehen, Position beziehen, auch gegen andere, um uns selber besser darzustellen. Und ich finde, dieses Buch Moral Grandstanding fasst das großartig zusammen, nimmt das moralphilosophisch auseinander. Und jetzt kommt noch der Tipp, warum es nicht nur ein Buch ist. Wer jetzt nicht so gerne Bücher liest, dem oder der empfehle ich unglaublich gerne Big Think, eine Videoplattform. Und da gibt es auch ein Video zu dem Buch, wo der Brandon Warmke sein Buch noch einmal zusammenfasst. Sowieso eine tolle Plattform. Ich weiss nicht, ob du sie auch kennst. Da sind ganz viele Philosophen, die in acht, neun Minuten die These ihres Buches klar und flüssig... Damit man nicht mehr das ganze Buch lesen muss. Da bist du kritisch, oder? Ja, da bin ich natürlich kritisch, weil wenn man sich für etwas wirklich interessiert, dann soll man sich auch versenken. Aber gut, vielleicht kann man da so... Das ist vielleicht so eine Art Window-Shopping für die Bücher, die man dann wirklich sich zuführen will, ne? Wenn man sich da verschiedene Vorträge anschaut auf dieser Plattform und sich denkt, aber dieses Buch möchte ich dann wirklich im Toto lesen. Es sind zum Teil auch einfach Thesen oder Argumente, die die noch einmal verteidigen und zusammenfassen. Ich mag das ganz gerne. Also ich lese natürlich wahnsinnig gerne Bücher, aber du hast ja auch einen Podcast empfohlen. Manchmal hat man ja auch einfach Lust auf ein anderes Medium. Das stimmt, ja. Manchmal kann man nicht lesen beim Autofahren. Ich fahre nicht Auto. Oder beim langen Zugfahren kann man es sich vorlesen lassen. Das stimmt, ja. Ich möchte noch einen letzten Essay empfehlen, weil das ein Thema ist, das mich umtreibt und das ich da wahnsinnig gut zusammengefasst finde, nämlich in dem neuen Essay-Band des deutschen Historikers Per Leo, den ich sowieso sehr schätze. Und der ist zum Beispiel im Gegensatz zu mir unglaublich umtriebig, auf Social Media, den kann man auf Facebook wirklich beim Debattieren zuschauen mit allen möglichen. Und er geht auch immer auf seine Kritiker groß ein. Ich weiß gar nicht, wo er die Zeit dafür findet. Aber in seinem neuesten Essay-Band mit dem Titel Vorletzte Lockerung möchte ich den letzten Essay empfehlen. Den hat er für dieses Buch extra neu geschrieben. Das andere ist eine Kollektion alter Texte, die aber auch sehr interessant sind. Aber dieser letzte Essay hat den wirklich fantastischen Titel Israel-Kritik für deutsche Patrioten und beleuchtet dieses ganze Phänomen, wie das ist heute in Deutschland, über den Nahostkonflikt zu sprechen. Und er kommt von allen Seiten als Denker, dem man wirklich beim Denken zuschauen kann. Er kommt aus seinem deutschen Patriotismus und was das eigentlich bedeutet. Er schreibt diesen Essay als Brief an seinen Freund Besat Karim Kani, den in Deutschland lebenden iranischen Autor und Schriftsteller. Und dann geht es um Israel, um Deutschland, um Palästina. Er geht nochmal ganz zurück in die Geschichte dieses Konflikts. Er schreibt über Zionismus auf 80 Seiten. Israel-Kritik für deutsche Patrioten. Ich habe per Leo kontaktiert und gesagt, kannst du diesen Essay nicht als Single auskoppeln, dass man nur den, nur diese 80 Seiten, aber nein, er wollte das gerne in diesem Buch haben. Aber wenn man nicht das ganze Buch lesen will, den letzten Text unbedingt. Wirklich ganz großer, sehr, sehr vielschichtiger und komplexer Essay. Besser geht es nicht. Vielen Dank. Dankeschön für diese Tipps. Da nehme ich jetzt auch einiges mit. Vielen Dank. Gerne. Ja, welche Tipps habt ihr für uns zur Frage, wie wir miteinander reden können in dieser Digital-Moderne? Schreibt es uns. Wir sind gespannt. Und wenn ihr die Sternstunde Philosophie mit Eva Menasseh angucken wollt, die gibt es hier und ebenso auch im Stammtisch zu Cancel Culture. Viel Vergnügen damit.